Die Töchter als Vorbild. Kris Jenner steckt ins Beauty-Business ein Konkurrenz für Kylie? Fragezeichen Kris Jenner, 65, Keeping Up with the Kardashians, scheint ihr Unternehmertum ausweit. Laut US-Promi-Portal TMZ hat die Mutter von Kim Kardashian, 40, Markenunterlagen eingereicht, mit denen sie sich gleich mehrere Namen für womöglich künftige Beauty-Linien sichern. Die Rede ist von Kris Jenner Beauty, Kris Jenner Skin und Kris Jenners eine offizielle Ankündigung, dass die 65-Jährige ins Beauty-Geschäft einsteigen möchte, gibt es bislang noch nicht. Wie das Portal jedoch berichtet, soll Jenner mit den Unterlagen eine breite Palette von Produkten abgedeckt wissen. Demnach plane sie offenbar neben Pflegeprodukten auch Düfte und Kosmetika. Inspiration sowie Tipps kann sich die 6-Fach-Mutter von ihren Töchtern holen. Vor allem Kylie Jenner, 23, und Kim Kardashian besitzen mittlerweile wahrhaftige Beauty. Hübschernie 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 Amen. Amen.